Ein herzerfrischendes Ahoi und Leinen los, hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Ich bin Kathi und ich bin natürlich nicht alleine, ich habe den Kai mit hier. Hallo. Hallo Kai. Und heute geht es um ein Special-Thema und zwar 70.000 Tonnen Stuff. Tja, was ist denn das, Kathi? Erstmal, hi, schön, dass du da bist. Ja, andersrum auch so, hi, schön, dass du da bist. Ja, du erzählst was von wegen 70.000 Tonnen of Metal und jetzt musst du einmal ganz kurz erzählen, was genau, worüber quatscht du da? Was denn so passiert? Genau. Tja, wir fahren, oder besser, wir fliegen nach Miami und gehen dann auf dieses kleine Schifflein und erleben dort fünf Tage Festival. Das ist einmal der Kai, der hier auch sitzt, dann unser Kai mit Y und die Maren und ich. Und wir teilen uns auch eine Viererkabine. Das muss man auch mögen, ne? Genau, das muss man mögen, aber wir haben ein großes Glück, wir mögen uns. Ja, und ich glaube, das wird eine sehr spannende Reise. Ja, ich stelle mal so ein, zwei Fragen zu dem Festival. Ich tue mal so, als würde ich es nicht wissen, ja? Ich glaube, dass so die Dinge, die... Mal gucken, ob ich das weiß. Genau, die Dinge, wo ich denke, das könnte vielleicht jemand interessieren, weil das ist ja doch ein relativ spezielles Festival. Kaum. Und bevor ich jetzt auf das Schiff eingehe an sich, ja, es ist ja ein Kreuzfahrtschiff und da gibt es so ein paar Dinge wie, was ist denn, wenn ich alleine einreisen will? Wie klappt das denn dann? Also es geht auch, aber es geht vor allen Dingen, dass man zusammen in Kabinen sich einbucht. Ich weiß gar nicht, ob man eine komplett auch alleine belegen könnte, wenn man sie komplett selber bezahlen würde. Das ist, meine ich, schon möglich, ja. Also quasi für zwei Zahlen und dann alleine in so einer Kabine abbohlen. Wird dann auf jeden Fall ein bisschen kostspieliger. Ansonsten kann man natürlich, so wie wir das jetzt gemacht haben, eine Reisegruppe bilden. Bitte folgt dem roten Regenschirm. Ja, wie ist das sonst? Weißt du, da hat man unter Umständen hat man Fremde, wenn man sich einfach nur so in eine Kabine einbucht. Entweder in eine Zweier- oder Viererkabine. Da kann man dann natürlich auch ein bisschen Geld sparen, wenn man alleine reist, aber trotzdem sich nicht eine Doppelkabine alleine leisten möchte. Ja, ich weiß nicht. Gibt es sonst noch Optionen? Also nicht, dass ich es wüsste. Also man kann mal angeblich bis zu sechs Personen in eine Kabine. Also es gibt so Großkabinen, wo so viele Leute reinpassen. Zumindest laut Website ist das so. Ist jetzt nicht so, als wäre ich schon mal da gewesen, könntest ihr sagen. Aber es gibt davon nicht so viele. Also davon ist nicht so viel Auswahl. Und das Festival schaut wohl auch sehr danach, dass man entweder in privaten Gruppen anreist. Also dann ist auch geschlechtertechnisch egal. Da darf dann jeder bei jedem pennen. Aber es gibt eben auch dann, damit das eben für Alleinreisende irgendwie auch okay ist, geschlechtergetrennte Kabinen, wo man sich dann mit anderen Leuten, anderen Metalheads die Kabine teilen kann. Wollen wir denn mal sagen, wann es losgeht? Ja, erzähl. Also die Reise selber, das Onboarding quasi, startet am 29. Januar und die Reise endet am 2. Februar. Und starten am Harbor, am Cruise Harbor in Miami, Florida. Genau. Was kostet denn sowas? Ja, ein bisschen was, ne? Ja. Kleine, kleine Euros. Hast du sie zufällig gerade griffbereit? Ich habe die Preistable gerade hier, ja. Ja, dann erzähl. Also ich weiß es, dass die Preise mal irgendwann mal bei weitem günstiger waren als heute. Ich glaube, ich habe mal irgendwas gesehen von 600 Dollar pro Person. Das ist aber schon lange nicht mehr der Fall. Also das günstigste, was ich jetzt hier gefunden habe, ist, wenn man in einer 6er, oder ist es eine 8er? Eine 8er Kabine ist. Da gibt es wohl irgendwas von wegen, nee Quatsch, das ist auch noch teurer. Nee, hier gibt es noch eine günstigere. Da darf man dann das Deck schrubben. Ja, da kann man Geld mitsparen. Nein, für 1.199 Dollar in einer 4er Kabine, wenn man auf irgendwie hier Standard Interior bucht, plus, das muss man mal sagen, also pro Person in einer 4er Kabine, plus die Steuern, die man zu zahlen hat, das sind immer mal 400 Dollar obendrauf pro Nase. Das ist nicht wenig, ne? Genau. Und das ist natürlich noch dazu obendrauf ein logistisches Ding, was man noch mit einplanen muss. Plus, dass man irgendwie nach Miami kommen muss und auch zurück. Also plus Flüge, wenn man jetzt hier aus Deutschland anreist. Ist natürlich jetzt nichts für den schmalen Thaler. Aber so. Muss man wollen, aber ich denke mal sowas wie Once in a Lifetime, das ist schon etwas, was auch, da bleibt die Erinnerung. Und ich sag mal jetzt, wo wir noch da kurz davor sind, also wir nehmen heute am 14. auf, die Folge kommt auch am 14. raus, also genau heute haben wir es aufgenommen. Und ja, es sind noch immer Plätze frei. Also es sind immer noch Möglichkeiten, wenn ihr irgendwie Bock habt, also wir werden nicht für die Werbung bezahlt, die wir gerade hier machen. Wir machen das einfach nur just for fun. Denn auch wir mussten das, ja, die Kajüte selber buchen und auch selber bezahlen. Also demnach, akkreditiert heißt leider nichts. Zumindest nicht viel. So. Und ja, wir haben die Kajüte selber gebucht und wir fliegen dann auch einmal rüber, über den großen Teich. Und dann werden wir euch natürlich berichten, was wo wie da vor Ort passiert. Apropos berichten, wolltest du jetzt schon mal so sagen, was wir vorhaben? Ja, kann ich tun, kann ich tun. Also einmal gibt es einen Vorbericht auf timeformetal.eu, der müsste jetzt auch relativ zeitnah erscheinen. Die liebe Kollegin, die Maren, hat sich da viel, viel Zeit genommen und hat da einen Vorbericht geschrieben, so mit Bezug auf, wie kann man denn bitte schon ein Reiseerlaubnis bekommen und woher bekommt man was und wie funktioniert das genau am Ende. Das hat sie da so ziemlich gut, ziemlich gut niedergeschrieben, auch wie stressig das sein kann, wenn man noch keinen Reisepass hat. Und der Artikel kommt natürlich auf timeformetal.eu, da einfach mal in den kommenden Tagen mal vorbeischneiden. Ansonsten 70.000 eingeben als Zahl in die Suche, da werdet ihr höchstwahrscheinlich fündig. Wir vor Ort haben einen riesen Plan an Interviews vor. Also wir haben ganz viele angefragt, in der Hoffnung, dass das dann auch klappt. Das ist immer so eine Sache, das kann man nicht garantieren, so im Voraus, weil da sind natürlich auch andere Presseleute, die vor Ort auch die Interviews halten möchten. Demnach, ja, müssen wir ein bisschen First Come, First Serve heißt es angeblich. Aber wir haben eine lange Liste geschickt, darunter echt auch sehr, 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 sehr große Namen. Darunter habe ich zum Beispiel angefragt, Blind Guardian, Epica, Equilibrium, mit denen haben wir ja schon eine Folge gedreht und auch während der Folge schon klar gesagt, ja, wenn wir uns auf dem Schiff treffen, dann gehen wir ein Bier im Whirlpool trinken. Dann Gravedigger, Heidevolk, Lord of the Lost, Nano War of Steel, Mystic Prophecy, Sodom, Serenity, The Halo Effect und Scar Symmetry und den Kapitän und natürlich den Organisator des Festivals habe ich auch mit angefragt. Also ihr merkt schon, eine ganze Reihe und es wird nicht nur Spaß und Halligalli, sondern für uns zumindest auch Arbeit. Und hoffentlich für euch dann nachher Spaß und Halligalli beim Hören. Und zusätzlich, es gibt ein kleines, kleines Alternativkonzept. Also wir werden da ein, ja ich sag mal, im Konzept selber uns nicht diese langen Podcast-Folgen machen, sondern es gibt eben dieses Konzept, was sich auch beim Wacken schon bewährt hat. Also dass wir nur auf die 15-Minuten-Slot, die wir bekommen pro Interview, das ist immer ein bisschen speziell, also dann muss man natürlich so lange Folgen ein bisschen runterbrechen, gibt es nur eine Themenroulette-Runde pro Gast und dann halt siebeneinhalb Minuten anstelle von zehn. Aber gut, aber ein Outro-Song, das lassen wir uns nicht nehmen, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. So, jetzt wollen wir mal noch ein bisschen was über das Schiff plaudern. Können wir machen. Also, erzähl doch mal, wie heißt das Schiff überhaupt? Oh, jetzt, jetzt, jetzt erreichst du mich. Das Schiff, das Schiff, das 70.000 Tons of Metal Schiff ist The Freedom of the Seas und das ist auch nicht das einzige Schiff. Es gab ja schon mal früher ein anderes Schiff, auf dem man gefahren ist und jetzt kann ich mal gucken, wie gut, wie sicher du mit den Infos bist. Ne, da muss ich passen. Das ist, es steht auch nicht auf der normalen Webseite mehr drauf, dazu muss man schon ein bisschen tiefer graben, damit man das noch findet. Und zwar hat das wohl von 2011 bis 2014 auf der Majesty of the Seas, dann 2015 auf der Liberty of the Seas, dann 2016 bis 2020 auf der Independence of the Seas und die Freedom of the Seas ist jetzt das erste Mal. Naja, ich wäre jetzt auch noch für Black Pearl gewesen, aber ansonsten. Würde auch, würde auch super passen, würde auch super passen. Witz an der ganzen Sache, es heißt zwar 70.000 Tons of Metal, was im deutschen Jahr ein unglaublicher Zungenbrecher ist, aber dieses Schiff hat ein klein paar Gramm mehr. Oh ja, das ist ein Riesenmonster. Ja, die Brutto-Tonnage. Ich habe nebenbei gelogen, das hat letztes Jahr, war schon Freedom of the Seas, ab seit 2023, die Brutto-Tonnage, die findet man irgendwo ganz unten, glaube ich, ne? Genau. Im Brutto-Tonnage mit 156.271 Tonnen. Das muss man sich mal echt vor Augen führen, was das für ein Karvenzmann ist. Und ganz ehrlich, viel mehr Metal kann man gar nicht unterwegs sein, oder? Korrekt. Absolut. Was hast du so ein Nebenprogramm geplant für dich? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, so neben den Bands und dass man mal so irgendwie beim Buffet und beim Biertrinken sich sieht, was hast du noch so vor Ort geplant? Also ich habe schon auch dieses schöne Bild gesehen, dass man auf einem Deck Golf spielen kann. Vielleicht werde ich ja mal sowas machen. Ansonsten Pool, klar, das muss schon sein. Ich habe aber auch gehört, so Fitnessstudios auf diesen Kreuzfahrtschiffen sollen ganz schön sein. Vielleicht so mit Blick aufs Meer ein bisschen trainieren oder sowas. Mal gucken, ob es die Kondition zulässt, weil das ist ja schon ein strammes Partyprogramm. Also kannst ja vielleicht auch mal, können wir ja gleich nochmal drüber reden, was da so alles abgeht. Ja, was hast du denn so nebenbei geplant? Also für mich steht in erster Linie wirklich, das sind die Interviews auf dem Programm, aber ich wollte auf jeden Fall mal, wenigstens einmal auf diesem Laufcourt, den die wohl da haben, auch laufen gehen. Hast du das dann einmal so ums Deck rum? Das habe ich noch nicht gefunden. Also das kann ich euch noch nicht erzählen, aber das erzähle ich euch auf jeden Fall dann in so einer, wir versuchen dann täglich so ein kleines Audiotagebuch zu führen mit so fünf Minuten oder zehn Minuten und so ein bisschen erzählt, was so am Tag gelaufen ist und was man so alles machen kann. Und dass ihr die Erfahrung wirklich ganz, ganz brandfrisch mitbekommt. Einzige Sache ist, wir können es euch nicht garantieren, dass es wirklich zeitgleich zum Festival rauskommt, denn es ist noch nicht ganz klar, wie das vor Ort mit dem Internet aussieht. Genau. Und dementsprechend schaut gerne mal auf Social Media auch, ob ihr dort das ein oder andere findet von uns. Wenn ihr dort keine Lebenszeichen in dieser Zeit findet, dann war das Internet schlecht. Genau das. Weil es macht ja keinen Sinn, wenn man da jetzt irgendwie vier Stunden versucht, was hochzuladen. Das klappt einfach nicht. Also das wissen wir nicht. Deswegen, das werden wir dann dementsprechend nachreichen, spätestens eine Woche später oder zwei später. Irgendwie so. Ihr werdet es auf jeden Fall irgendwo, werdet ihr es finden, wenn ihr ein bisschen die Augen aufhaltet. Genau. So, dann ist für mich noch ganz klimm und klar, ich würde gerne nächste Woche Sonntag, also am 21.01. nochmal so ein kleines Precap. Also einmal schauen, was haben wir noch in der Zwischenzeit gemacht. Vielleicht so, ich packe meinen Koffer mit dir spielen. Und dann natürlich auch die Fragen mit aufnehmen, die ihr vielleicht jetzt äußern könnt, weil ich würde gerne mal eine Frage, die packe ich hier mit bei Spotify rein, die Frage mit äußern. Was wollt ihr denn noch wissen? Also was muss man denn wissen für jemanden, der das erste Mal noch gar nicht auf dem Schiff war? Oder vielleicht gibt es ja irgendwas, der sagt, boah, ich wollte unbedingt mal wissen, wie, was, wo. Vielleicht zum Beispiel könnt ihr vor Ort mal gucken, wie warm das Wasser im Pool ist. Oder was kostet ein Bier? Oder wie findet man denn da dann Hansi Kirsch, wenn der doch da auftritt? Also das sind so alles Fragen, die ihr natürlich stellen könnt oder noch mehr. Einfach bei Spotify mit unter diese Folge oder eben bei Social Media. Genau. Und natürlich auch andersrum, wenn ihr schon mal da wart, gebt uns gerne ein paar Tipps mit ein paar, was müssen wir unbedingt gesehen haben, gemacht haben und auch im Vorfeld, was sollte man noch einpacken? Bedenkt bitte, es ist dann nur noch eine Woche bis zur Abreise. Also wenn ihr jetzt dann sagt, ja, wir müssen noch den lila getupften Elefanten aus Indien importieren, dann war es das, ne? Na gut, aber den lassen wir eh in Indien, oder? Okay, dann ja, sage ich vielen lieben Dank für die kurze Folge, liebe Kathi. Ich habe ebenfalls zu Danken, Kai. Und ich freue mich schon, wenn wir dann nächste Woche euch ein bisschen mehr berichten, darüber auch, welche Bands noch kommen, weil die sind nämlich alle fertig präsentiert. Man meint es nicht, dass man zwei Wochen vorher noch ungefähr 20 Bands noch zu präsentieren hat. Und dann schauen wir mal, was so der Reiseplan und überhaupt hergibt, ne? Genau. Und dann schaue ich jetzt mal gerade hier in, ihr kriegt natürlich ein Outro und zwar eine Band, die auch auf dem Festival spielen wird. Möchtest du dir eine aussuchen? Ist egal welche, du darfst irgendeine Band aus dem Portfolio nehmen, was dabei ist. Dann würde ich jetzt tatsächlich auch eine der, ich sag jetzt mal etwas größeren, also Blind Guardian nehmen. Welchen? Hast du dir auch schon einen Song überlegt? Hier, wie ist das mit Deliver the Leberwurst oder was war das? Das ist Valhalla. Valhalla die Leberwurst. Die Leberwurst, ja. Das darfst du einem echten Fan aber nicht sagen, ne? Naja, wir nehmen Valhalla. Okay, und jeder, der jetzt nicht weiß, worüber wir gefaselt haben, also es gibt da so ein Missheard Lyrics, das heißt Valhalla, die Leberwurst. Have you ever forgotten me, Valhalla, die Leberwurst. Genau, so viel dazu. So, und jetzt könnt ihr auch nie wieder dieses Lied hören, ohne Leberwurst zu hören. Okay, euch einen schönen Tag noch, bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, leise war gestern, der 70.000 Tons of Metal Podcast. Ciao, ciao. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Untertitelung des ZDF, 2020